Ich kann mal noch zu sagen. Ich hoffe, ich habe noch zu sagen. Aber erstens wurde auch ein schöner Erwanderer da, he? Und in einer Woche Feiermann ging es zu. Hoffentlich kommt dann der Heilige Geist über dich. Das ist nicht das Zeug, ja. Der Heilige Geist. Es ist nur so wenig Sex, dass ich würde dich auch noch sagen.